Ah, die gute alte Hi-Fi-Anlage. Toller Sound, aber vielleicht nicht das passende Möbelstück in einem modernen Wohnzimmer. Aber wusstest du, dass eine Stereoanlage nicht mehr so aussehen muss? Sie kann auch so aussehen. Aber wo ist das? Ah, es war in den Möbeln. Oder sie kann so aussehen. Oder sogar so. Oder für diejenigen unter uns, die diesen Retro-Look mögen. Echter Hi-Fi lässt sich beliebig kombinieren und wird auf deine Bedürfnisse, dein Geschmack und dein Zimmer abgestimmt. Schau bei deinem nächsten Hi-Fi-Klubben-Store vorbei oder besuch uns unter hi-fi-klubben.de und stell dir deine Stereoanlage zusammen, die am besten zu dir passt und zu deinem Zimmer. Wir sehen uns bald.